Wenn du so stark bist wie diese Jackie hier mit 23 Power-Ups und nicht mal weisst, wenn du als Ersten killen sollst, dann lässt du sie einfach mal selber kämpfen. Dann machen sie alle ein trauriges Gesicht und Jackie wartet einfach und irgendwann merken sie dann, was sie will und Bull kämpft hier gegen Edgar. Und ja, natürlich hat Bull keine Chance, das weiss er auch und geht ins Gift und Jackie gewinnt das ohne zu kämpfen. Sehr schön für Jackie.